Hallo! Heute fängt sie mal an! Hey ho Leute und willkommen zu Köpfe und das magische Garn Nein, der magische Pinsel Welt 2, Nummer äh, Level 3 Verschollen geglaubte Ruinen, wieder 5 Schätze Bekommen wir wieder alle? Bekommen wir alle? Bekommen wir alle? Ja, nein, vielleicht... Oh, der schaut so aus wie bei Splatoon, die Electro Towels Hör auf, mich zu greifen Entschuldigung Boah, wie schnell bin ich unterwegs? Meine Hey, stopp Siehst du, es geht höher Dein Schatz weiß, wo es lang geht Ja, ich konnte es nicht machen Uh, wir haben jetzt schon fast die 100 erreicht Schau, ich bin sogar auf deiner Linie gelandet Gut gemacht, töt ihn Töt ihn, ich töt ihn Du hast gesagt, ich soll Ja, Entschuldigung Ähm, meine Linie hat mich nicht wollen Ja, ja Meine Linie hat so gesagt Ich darf nicht Ja, ja Ui Soll ich dich retten? Nein, ich komme schon raus Fand ich helfe dir Komm doch schon raus Nein, du bist nur durch mich rausgekommen Komm lieber runter, bevor du K.O. gehst Ha! Oh! Ja, ha Ich habe es gesehen Hast du gut geharrt Siehst du, ich gebe dir wieder Leben Danke Immer wieder gerne Ui, 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 ui Alleinsammeln Cool Kann ich den zerstören? Nein, den kann man nicht zerstören Hör auf Alles so zerstören wollen Wenn ich mich voll hab, vielleicht dann? Nein, das geht nicht Auch Ähm, den kann man nur so zerstören Ah, nein! Alter Falter. Da unten haben wir jetzt etwas verpasst. Ein paar Sterne. Nicht schlimm. Doch. Dahin reden, nicht zu mir. Ich verstehe dich schon ungut. Oh, ich komme nicht rauf. Tja, bist du fett. Oh! Jetzt kriegen wir vielleicht kein Gold. Doch, kriegen wir. Wir haben vorhin sogar noch mehr eingesammelt. Au! Scheiß Laser. Oh, oh. Was hast du für ein Problem? Ich komme nicht mehr rauf. Du bist tot? Ja, weil ich nicht mehr raufkomme. Nein, weil du tot bist. Ja, weiß ich schon. Töten! Du kommst automatisch mit, wenn du nicht raufkommst. Also. Meiner! Au! Vorsicht! Das sind Wände. Die zerstören alles. Wir müssen da schnell durch immer. Ui! Hä? Ich glaube, das ist eine Falle. Niemand schenkt uns so viel Leben. Oh, Falle! Oh! Sag ich doch. Und trotzdem sind wir beide reingefallen. Ich bin stolz auf uns. Irgendwas sagt mir, dass hier auch eine Falle ist. Nein. Hä? Wir brauchen einen Schlüssel. Oh, ein Bosskampf. Da ist er. Aber durch einen Boss versteckt. Oh, böser Schlüssel. Warum lässt du dich kaum machen? Hab ihn. Kirby mag mich nicht mehr. Doch, Kirby mag. Spiel mag mich aber nicht mehr. Ui, 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 ui. Oh! Nein, nein, nein. Bam! Nächste, ich habe mich für dich geopfert. Danke. Immer wieder gerne. Ich glaube, das hat was zu bedeuten, dass der leuchtet. Ah, okay. Alle müssen leuchten. Gut. Ich glaube, da gibt es wieder was. Magst du schnell da rauf gehen? Schnell. Links, links. Danke. Und jetzt wieder hoch. Ja, Pech für dich. Nur weil ich es nicht schaffe. Genau. Habe ich Pech. Helft auch nicht mehr. Du musst einfach nur weiter gehen. Danke. Du hast gesagt, einfach nur weiter. Danke. Immer wieder gern. Äh. Warst du auch nett zu mir. Jetzt komm, hilf mir einfach mal. Zack, 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 zack. Wenn du mir selbst was machst. Nichts. Den Schatz einsammeln. Und es war sogar der zweite. Wie viel haben wir bis jetzt? 300 Sein. Okay, es gibt heute viel einzusammeln. Oh nein. Ich geh weg hier. Tschüss. Hilfst du mir? Hilfst du mir? Was Böse. Nein, hilf mir bitte. Bitte. Höre zu mir. Danke. Die Hand will immer noch zu mir. Lass ihn in Ruhe. Mach ihn put. Danke. Das ist meiner, nicht deiner. Du musst auch ein bisschen lauter sprechen. Meins. Da ist was. Ein Geheimnis. Das ist mein Geheimnis. Das ist mein Geheimnis. Oh mein Gott. Was ist das? Den kann man noch von hinten angreifen. Der reißt du? Ja. Aber die stehen jetzt gerade unter Strom. Autsch. Der tut mir voll weh. Mann, hör auf. Was? Dann hör die mal auf. Einen Schlag und ich bin tot. Oh oh. Du bist auch tot. Ach scheiße. Von da oben kommen welche. Ja. Ja, wir haben ihn. Maxi-Tomate. Maxi-Tomate. Okay, ich hab wieder volles Leben. Boah, das war schon schwer. Uiuiui. Schnell. Warte. Ah, Wand, 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 Wand. Autsch. Ich bin platt. Ich bin platt. Aber wir kriegen wieder Leben. Pass auf, oben ist wieder seine Wand und dann müssen wir hier stehen bleiben. Nein. Ich komm nicht rauf. Gut, so. Da bist du ja nichts und nicht verletzt worden. Nein. Nein. Tut mir leid. Ding, was sagt mir? Wir müssen da hoch. Hä? Okay. Was gibt's da oben? Die Glocke. Das war schon scheiße, ich weiß. Werden wir das machen sollen? Warte. So. Lenken. Was? Uns fehlen sogar zwei Schütze? Der Geheimschatz und welcher noch? Hämogen. Was sind die? Weiß ich nicht. Einmal, wo wir das Quiz verkackt haben? Jetzt kann doch nicht sein. Dann gibt's noch irgendwo eine. Irgendwas sagt mir, dass uns was Gewaltiges fehlt. Irgendwas sagt mir, dass uns da auch was fehlt. Nein. Und wir haben das Buch. Buch gemacht. Danke. Das allererste Mal nur Silber. Wir müssen es besser machen und auch noch den zweiten Schatz finden. Oder dritten. Ja, den dritten und vierten. Wo sind die wohl? Okay. Gut, Leute. Wir werden es für euch suchen. Bis gleich. Okay. Da machst du unten. Und ich mach die obere. Äh, die obere, genau. Die oberen zwei. Die oberen zwei rein mache ich, genau. Und du rennst durch. Ja. Ob die sind so gescheinert. Gut gemacht. Endlich. Was gibt's da oben? Oh, das war das. Oh, schnell. Alles einsam mit. Ah, ich glaub, hier ist sie. Gut, was gibt's jetzt? Musik. Musikstück, danke. Wegen dem Musikstück haben wir das gemacht. Okay, oh mein Gott. Jo, Leute. Wir haben es endlich geschafft. Wir haben alle fünf und fünf Stücke. Ich muss schauen, wie ich das schneide. Das war wirklich jetzt ein heftiges Hin und Her. Besonders mir ist jetzt gerade noch was dazwischen gekommen. Und ach. Naja, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Part. Euer Pwistl und eure Conny. Tschüüü. Tschüüü. Viel Spaß. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.